Erstmal will ich sagen, dass ich diese Tattoos bereue. Viel Spaß mit dem Interview. Nicht Skifahren, aber Snowboard. Ich habe das viel gemacht in meinem Leben. Das letzte Mal war ich in der Schweiz. Das war sehr schön. In meinem Kontrakt steht, dass ich nichts machen muss. Aber ich habe das gemacht. Ich liebe das. Aber oft war ich in Island. Nein, Comics ist nicht... Das interessiert mich nicht so viel. Österreich ist sehr schön. Sehr schön. Vielleicht ein bisschen zu der Schweiz. Mit den Mountains und der Natur. Sehr schön. Ich bin ein Typ, der früher aus der Familie besser ist. Dann habe ich am Tag mehr gemacht. Routine und so. So, ja. Dann muss ich sagen, Mitte. Es war sehr schwierig. Und zweimal im Training. Zweimal Training jeden Tag. Aber es ist gut. Es ist gut für die Fitness. Es ist wichtig auch. Aber es ist nicht so... Spaßig. Nicht so spaßig. Was? Oh, Hiking. Ja, äh... Ich bin nicht so ein Natur-Boy. Ja. Ich komme aus Island, ich weiß. Aber ich bin ein City-Boy. oder so, ja. Ach, hast du es lange. Echtlich. Was? Ja. Aber nicht so oft. Aber man ist so... Der richtige Moment dann... Nein. Nicht machen. Nein, nein, nein. Big mistake. Wenn du eingehst, dann... Schaut. Ja, Nutella ist gut. Nutella ist gut. Ja, aber nicht so oft. Aber ja, ist gut. Gute Liga, sehr gute Liga. Ich finde, diese Liga ist sehr gut für mich. Und ich freue mich für die nächsten Jahre in dieser Liga. Ja. Nicht... Mit meiner Zeit will ich nicht in den Fitnessstudio gehen. Never. Beste Drink. Brayden ist mein neuer kleiner Homie. Es kommt aufs Spiel an. Ähm... So, das ist, warum ich sage es nur Mitte. Aha. Nein. Ich habe keine. Nicht von mir, nein. Ja, Uhr, ja. Aber... Aber Uhr ist nicht ein Schmuck. Uhr ist Uhr. Schmuck ist... Du weißt, hier und der und da und da. Fertig. Das reicht. Mach schon BAM.